Herzlich Willkommen zur weiteren Folge auf der Karte Ingo Thüringen, sind wir noch bei und arbeiten auf Feltenmo 13, aktuell macht der Fahrer 4 wieder Probleme, er hat wieder am Bohr mitgelebt und den stellen wir wieder auf Richtung Arbeit ein und dann gehen wir gleich auf Feltenmo 740, da sind wir fertig, auf 33 ist gerade begonnen, hier geht es durch, zum Glück, war noch Schneefall, so, sauber, so, 47, das ist die Schlaumenplantage, lassen, gut, noch nicht gut, jetzt nächste Mission, das heißt, die 33 bei, 13 ist aktiv, die 39, mal gucken, welche Fälle dicht dabei sind, 50, 45, 34, 32, war 32 auch, 39, 37, 30, im Arsch der Welt, oder? Wir sind also aktuell hier oben und müssen da hin, aber hier ist zu Ende, also müssen wir, ist ja umständlich zu fahren, also ohne Karte würde ich mich gar nicht so recht finden, ja, nochmal Stichwort, Auto drive, ne, das wird Zeit, dass ich das da nicht mache, aber das ist ein Haufen Arbeit, das ist nicht so schnell getan, Kursgenerator wäre eine Option, habt ihr immer gucken, wie es geht, Nächste Woche sind es nämlich kurz, da sind nur vier Tage zur Arbeit, so, wir fahren aktuell, unsere nächste Rotschaft, dann müssen wir mal schauen, dass wir da in die richtige Richtung kommen, so, schauen wir mal links, ja, müsste gehen, war ich hier noch nicht oft, aber alle Fälle werden wir hier nie haben, aber, sagen wir mal, die nähere Umgebung von Hof 3, 3, 42, hier fahren wir hoch, mal gucken, 30 wäre, das ist da schon zum Wohl, achso, achso, das ist von dem Kurs hier, so, das ist ein bisschen abgelegen, ne, wer hat die Missions angenommen, das ist ja Wahnsinn, kann man ja auch durch am Wald, ich glaube auf eine Straße, könnte sein, dass da vorne irgendwie ein Abzweck geht, könnte, weil da hinten ist nämlich alles schon, äh, Niemandsland, das sieht nur so optisch aus, so was ist, hier muss viel Wild geben, hier geht durch den Wald rein, hier könnte man sich austoben, in den Forst, aber, die Zeit haben wir gar nicht, aber wir sind hier in grobe Richtung, und dann sind wir schon mal da, rechts ist nichts, da wird man schon sehen, da ist ein Optisch Show, und wer das ist, aber ist nichts, aber zum Glück ist da der Weg, und wir sind nicht mehr zu sehen, dann sind wir am äußersten Kartenrand, und da sind wir schon da, das ist Feld 30, fahr mal rauf, so, bin noch nicht zu sehen, bin da gespannt, die anderen Fahrzeuge, 124, kann man sehen, den kann man aussehen, ja, das ist der andere Feld, gut, das ist nicht die 30, das ist die, ne, gut, ist ja auch nicht so tragisch, die sind fast da gewesen, war der andere 32, ok, und da es ja, Nachbarfeld ist, ist das ok, ja genau, 31 und 30 ist ja fast, Verwandtschaft, so, mal gucken, was weiter Mission ist, ah, ich stich hier rechts, nicht gut, so, 33, 13 aktiv, 39, 37, 30, gut, ja, was geht noch, Geldmäßig, oh, Schulden, so geschulden, das hier, wenn wir arbeiten, leider, Arbeit, Arbeit, ne, so, das ist die andere Mission, die Mitrecher, wirst mal alle, zurückgefahren werden, die Düsseligen Kühe, da, muh, da, muh, ich überleg gerade, haben wir schon einen Eier gekauft, für Kühe, für Tiertransport, ne, die Kühe, so, gekauft, ich brauche noch ein paar Milchkühe, das heißt, den müssen wir, wegstellen, kurz durchs Gebüsch fahren, gerade hinschauen, mal schauen, wo die am besten anderen Lasten hängen, weil die sind ein bisschen, umständlich, so, jetzt fahren wir zum Händler, und kaufen uns gleich mal einen, da können wir auch da ran stellen, ja, gut, das nächste Mal, fahren wir gleich mal zum Händler, und holen uns die, einen Hänger für Tiere, denn die Milchkühe brauchen ja, ein bisschen, bis sie, äh, Kälber kriegen, das heißt, sie, da müssen wir halt, zu schlagen, frühzeitig, was drin haben wir immer genug, das ist einfach mal aus, weil da können noch mehr sein, zahlt es ja aber erst entsprechend später aus, ne, das können wir auch machen, dann suchst du wie ein Baum aus, also das nächste Mal nicht vier, äh, vier Vorgewände machen, sondern einfach, ja, und bei der Größe halt dann noch acht, oder nur drei Taktoren nehmen, und dafür, jetzt haben sechs Vorgewände, wenn jeder eine macht, dann ist es ja, sechs, dann werden zwei, dann werden es sechs, wenn jeder zwei macht, dann sind es genau sechs, und dann kommt die besser klar, weil ich nicht verstehe, wieso gerade einer, so Schwierigkeiten macht, so, das heißt, hier zum Vierhändler fahren, und, entweder Kühle kaufen, oder, Mastrinde, also wenn da andere Stahl auch nur Mastrinde gehen, dann werde ich mir halt da einen Stahl einfach platzieren, aber da muss ich erst die Wiese nebenan, äh, planieren, dass da eine Höhe ist, sonst kriegen wir da Probleme mit der, ja, mit der Höhe, ups, so, so, wahrscheinlich noch einen Anhänger kaufen, ne, wahrscheinlich noch sicher, so, zwar, tierhaltung, der ist gut, mit Autolot, da kann man Autolot aufladen, und der kann man Stroh, so, haben wir hier, ein Ladewagen, Baseltechnik, garantiert wieder, vor der Nase, in dem Fall hier mal einen großen, drücken, die wollen doch nicht so oft fahren, ne, da steht er, Frau Peter, ja, jedenfalls wenn wir näher schön Stroh haben, wenn wir Stroh einlagern, dann, äh, kann man sehen, ob wir noch ein Feld kaufen, dann eine Wiese machen, oder wir kaufen und zeig mir Wiese, wenn wir soweit sind, und, dafür später auch genug, anfangs wenn wir das Heu kaufen, dann nützt ja auch nichts, das soll doch kein Problem sein, dann kaufen wir halt Heu, Hauptsache wir haben erstmal Dings, Mais haben wir angepflanzt, können wir in die Lage machen, und, wir haben auch, äh, Glück Anders Futter da, also Stroh haben wir dann massig, ein Heu kaufen, dann suchen und Zillage, und jetzt im Prinzip noch produzieren, so Viehhändler, 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 der war da oben links, natürlich ganz woanders, ne, Speichern, KI Verkehr ist aus, immer einfach so aggressiv, die halten ja nicht an, die fahren drauf zu, das Getute nervt ja auch sehr, also, so, wie wir ein Mastrinder kaufen, wups, muss glatt gewesen sein, so, erinnern sich ein bisschen besser, um ein bisschen einfacher zu fahren, wir kaufen ein paar Mastrinder noch dazu, ich glaube, 300 Tiere gehen da glaube ich rein, was, das Wasser gibt es da automatisch, da kann man dann immer ein bisschen Haar aufdrehen, abfinde, aber egalisieren, wiesig, ein bisschen gaswecken in die ortschaft hier sind schon öfter mal durch die kurve geflogen hier wie gesagt autodrive kann es hier nur mit einmalstraße machen wäre sonst einfach zu eng wirst du schon hängen wir fest am nächsten laternenfall weiter über 460 fahren können können wir machen wir zurückfahren das wäre so eine kleine hüse die man kaufen könnte dann hätte man auch entsprechend heu aber aktuell ist das nicht so gratsam zu nass außerdem für das geld dafür dann müssen wir noch mähtechnik haben naja ein bisschen geld haben wir noch ein bisschen reserve zum ausleihen war schon mal so hand gewesen weiß gar nicht genau hier geht links hoch da ist der vier händler mal gucken wo wir da tiere kaufen werden ich habe die ersten vor ort gekauft einer ist fertig hier vorne kann man schon mit nichts kaufen ja die schöner laternen fassen im mast tiere müssten vorne rechts gehen oder hier oder hier die rampe hochwertes das kann auch sein wenn man gleich schauen ob das auch schon und hier können wir schon kaufen wie gesagt ist jetzt diesen später und nun sehe ich gerade wir haben andere tiere in anführungszeichen ich suche jetzt jungtiere zum zum mästen also hier ich schwarz zum beispiel da sind aber schon naja etwas ausgewachsene jungtiere halbes jahr alt ist schon na gut dann verschieben guter preis ist gut wie war das drin ich habe nicht mitgeziert so wer ist angekommen der nicht 33 klappen mal zu proben mal wo wir jetzt noch eine mission haben so 39 30 ist bei muss ich mal gucken wo die felder sind 39 35 35 36 37 und wo ist er wieder hin 43 da oben die 50er das wäre nicht ganz sinnvoll wenn man die felder nehmen würde die dicht bei sind ne 26 nochmal und 27 das ist ein kleiner sein 26 und 27 20 17 25 da und die 39 37 36 36 45 43 38 39 gibt es das gar nicht das ist ganz günstig da fahren wir mal noch und rasieren würde sie in anfluss zeichen weil weil das ist ja die drei verletzte zusammenhängt wie es auch weiter hier heute immer schauen die richtige richtung war hauptsache ist für ernte trocken und das darf wissen wärmer werden ganz gerne aber anscheinend nicht wie ist die bäder vorhersage so heute nochmal nass dann trocken dann wieder regen wird sehr regnerisch gut dass wir kein heu machen müssen 100 prozent das ist ja wahnsinn weil die menge ist nicht viel ne also aber die temperatur wird wärmer gut das sollte so sein ne ist ja auch bald sommer scheint eher in der eis her zu kommen so kalt ist das hier also die hähne sind auch interessant jetzt fahren wir auf feld nummer 39 machen das fertig und dann ich sehe gerade ich zeig dir schon weit rüber sehr gut so liebe Zuschauer das soll es heute gewesen sein dann sei mal tschüss und Winke Winke Morgen geht's weiter Tschüssi tschüssi Tschüssi